Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen Sonntagmorgen in die Runde. Ja, Bitcoin nochmal mit einem kleinen Lower Low, das haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr, sehr hoch ist. Aber wir haben unser Golden Pocket gehalten, was das jetzt für den weiteren Verlauf heißen könnte. Das schauen wir uns im heutigen Update-Video an, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen und wer Bock hat, auch gerne den Zweitkanal abonnieren. Dort gibt es die Highlights und natürlich auch noch mehr Altcoin-Update-Videos. Gut, und damit würde ich sagen, genug Werbung gemacht. Momentan, wie gesagt, traden wir bei ungefähr 23.150 US-Dollar. Und wir sehen hier, wir sind gestern wieder deutlich nochmal nach unten hingefallen, haben dann hier das 065 auf Fibonacci Retracement Level getestet. Und darüber haben wir auch gestern darüber gesprochen, wir haben gleichzeitig auch eine Bullish Divergence ausgelöst. Also für alle, die gestern noch darauf gewartet haben, hier noch den Long einzugehen, hoffe ich, dass ihr jetzt mittlerweile drin seid. Jetzt könnt ihr den Stop-Loss auf jeden Fall wieder safe auf Entry setzen, habe ich jetzt auch erstmal gemacht. Ich warte jetzt hier erstmal den weiteren Verlauf ab, aber wichtig wird sein, dass wir dieses hoch bei 23.333 US-Dollar, ich zeichne das mal ganz kurz ein, also diesen Bereich hier, dass wir hier wirklich mal impulsiv drüber schießen. Und dann hier der nächste Step wäre die Ineffizienz bei 23.700, beziehungsweise hier oben diese One-Hourly-Supply-Zone bei 23.800 US-Dollar. Das sind jetzt die nächsten Steps, die halte ich auch kurzfristig oder im Laufe des Tages auf jeden Fall hier für möglich. Und hier oben wird sich dann meines Erachtens nach erst einmal entscheiden, wie es weitergeht. Wir blicken mal ganz kurz auf den Traders-Reality-Indikator ganz kurz rein, schauen uns mal an, wo die Psy-Range ist. Einerseits hier, wo wir unser Top gebildet haben bei 23.250 und das Psy-Low befindet sich hier unten bei den 22.852, also auch wieder am Golden Pocket. Nicht unwahrscheinlich, dass wir uns jetzt möglicherweise in den nächsten Stunden nochmal ein bisschen weiter nach unten hin bewegen, zumindest um hier das Daily Open oder sogar diesen kleinen Einstunden-Vektor nochmal zu füllen. Aber also wie gesagt, alles dann in der Psy-Range mit drin, würde ich mir jetzt nicht so riesige Gedanken machen. Wichtig ist, dass wir eben hier diese 23.333 mit diesem Hoch rausnehmen und diese lila Box auf dem Einstunden-Chart auch, um zumindest einen kurzfristigen Trendwechsel reinzukriegen. Am besten noch mit einer Vektor-Candle, das heißt, diese rote Vektor-Candle wird dann mit einer schönen grünen wieder nach oben hin aufgefüllt. Noch einmal der Retest, eben dieser Range bei den 23.330. Und dann könnten wir versuchen, zumindest nach oben hin endlich mal ein höheres Hoch zu bilden. Ansonsten befinden wir uns natürlich weiterhin in einer deutlichen Abwärtsbewegung. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es möglich ist, dass wir einerseits hoch, nee, das wollte ich nicht, ich wollte das hier, dass wir einerseits hier die erste Welle nach unten hatten, dann das zweite Hoch, die dritte, dass wir dann jetzt nochmal so eine kleine vierte Erholungswelle kriegen und dann der fünfte Step, dass wir einfach nochmal hier unten Richtung 22.000 US-Dollar runtergehen. Ist jetzt ein bisschen gammlig gezeichnet, ich will einfach nur, damit ihr ungefähr wisst, was ich hier, beziehungsweise was ich hier gerade meine. Ist einfach so momentan immer noch für mich persönlich das wahrscheinlichste Szenario, solange wir hier oben eben nicht diese Hochs, zumindest die 24.000 US-Dollar knacken. Deswegen behalte ich das momentan im Blick, auch gegebenenfalls, dass wir hier oben bei den 23.800 möglicherweise dann einen Short eröffnen. Es dürfte jetzt jeder Long sein. Ich habe es gestern gesagt, dass ich persönlich hier beim ersten Week schon rein bin, dann aber gestern auch im Video dazu gesagt, Leute, die Möglichkeit bestünde, dass wir nochmal ins 0.65er gehen. Wir sind perfekt hier unten gebounced erst einmal und deswegen müssten jetzt auch viele von euch da draußen Long sein. Ich würde die ersten Profite eventuell hier beim Durchbruch nochmal nehmen, bei den 23.300 und den zweiten Take-Profit hier oben kurz vor dieser Daily oder vor dieser 1-Stunden-Supply-Zone auf jeden Fall. So und dann kommt es halt da oben eben drauf an, werden wir hier oben rejected, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nochmal Lower Low reinkriegen. Das heißt dann die dritte Welle nach unten hin fortsetzen bis, wie gesagt, 21.800 bis 22.000. Das sind momentan die Zonen, die ich ein bisschen im Blick behabe. Auch auf Daily-Sicht schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie es da aussieht. Vergesst mal diese blauen Streifen, das ist das Fractal, das machen wir ganz kurz weg. So, das hat nämlich mit diesem Up-Trend hier zu tun. Wer das schon länger verfolgt oder mich schon länger verfolgt, weiß, wir haben das schon seit ein paar Tagen drüber gesprochen. Dieser Up-Trend könnte einfach nochmal getestet werden. Man sieht es hier oben auch, nicht nur diese 23.800 US-Dollars, nicht nur auf 1-Stunden-Sicht Widerstand, sondern auch auf Daily-Sicht haben wir hier eine schöne große Supply-Zone gebildet. Was jetzt auch auf Daily-Sicht passiert ist, leider, wir haben hier ein Lower Low reingekriegt. Das heißt unter diesem Rig nochmal geschlossen. Das heißt, der Up-Trend ist jetzt hier auch erstmal komplett gebrochen. Das würde natürlich einerseits dafür sprechen, runter, hoch, runter, nochmal hoch. Und dann eben hier unten, dass wir unseren vorläufigen Boden oder unseren Boden bei dieser Abwärtsbewegung bei ungefähr, ich sage jetzt mal 21.800 bis 22.000 US-Dollar sehen. Würde dann zwar nochmal deutliches Abwärtspotenzial bedeuten, wäre dann aber auch natürlich eine schöne große Long-Opportunity, die wir hier eingehen könnten. Und dann würde sich unser Fractal möglicherweise wieder ausspielen, dass wir nochmal die letzte Welle beziehungsweise diesen letzten Pump in Richtung 26.600 hochbekommen, wo dann die Ineffizienz auf uns wartet, wo natürlich dann auch das übergeordnete Golden Pocket auf uns wartet. Das ist so ein bisschen jetzt für die nächsten Tage erst einmal der Fahrplan, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Das heißt, das Gröbste ist möglicherweise noch nicht überstanden, ist aber auch nicht so schlimm, solange dieser Trend hier erst einmal hält. Wenn der bricht, dann, wie gesagt, sehen wir relativ flott die 18.000, 19.000 US-Dollar. Und es ist dann nicht hier Panik machen, sondern das ist dann sehr, sehr wahrscheinlich einfach um den damaligen Binance-Pump, der hier entstanden ist oder dieses Gap, was hier entstanden ist, wiederzufüllen und um einige Vektoren auch zu füllen. Und das übergeordnete Golden Pocket liegt hier unten auch noch. Also ihr seht, da unten kommt eine Menge Support rein, aber da sprechen wir auch schon seit Wochen drüber, dass ich so eine Korrektur für möglich halte. Persönlich gehe ich trotzdem eher davon aus, dass wir nochmal die 26.000 oder sogar Richtung 32.000 hochgehen. Aber dann ist die Korrektur sehen. Aber gut, das wird sich zeigen, wenn dieser Trend bricht, ist es sehr, sehr, oder ich sage jetzt mal 90% wahrscheinlicher, dass wir hier erst hier runtergehen, bevor wir dann Richtung 32.000 US-Dollar gehen. Gut, dann blicken wir rüber zu Ethereum. Was hat sich da getan? Auch nicht wirklich vieles anderes. Wir sind ins Golden Pocket reingekommen. Also auch hier müssten jetzt die Trades erst einmal abgeholt worden sein. Ein bisschen unter das 0.65 ist aber kein Problem, denn normalerweise sollte der Stop-Loss hier drunter liegen unter 1.540. Jetzt würde ich ihn auf jeden Fall auf Stop-Loss-Entry erst einmal setzen, so im Laufe des Tages. Wir haben es nicht mehr ganz geschafft, hier hoch erst zu kommen und dann ins 0.65, aber wir sind direkt ins 0.5. Ins 0.65 ist also kein Problem. Hauptsache die Orders werden hier abgeholt. Und da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, Ethereum verhält sich ein bisschen anders. Weil wenn wir jetzt so ein bisschen hier die Zeichnung machen, sagen wir einerseits hier, dann gehen wir wieder hoch. Zweite Welle. Könnte das erst sein, dass hier die zweite Welle abgeschlossen ist und dass wir jetzt erst hier hochgehen in den Bereich der 1.638. Und dann nochmal ein bisschen tiefer bis runter 1.520 US-Dollar. Also so richtig überzeugt bin ich momentan ganz ehrlich noch nicht, dass wir jetzt hier auch schon den Boden gefunden haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt eher, dass wir nochmal hier hoch eben gehen. Ganz kurz 1-Stunden-Timeframe. Ganz kurz der Blick hier rein, weil wir hier oben eben diese 1-Stunden-Supply-Zone haben. Die haben wir gestern ja schon eingezeichnet. Versuch es ein bisschen besser. So, jetzt die 1-Stunden-Supply-Zone hier oben eben haben. Wir haben einen doppelten Boden. Wir haben eine Bullish Divergence auf dem 1-Stunden-Chart. Also es spricht schon vieles dafür, dass wir eine kurzfristige Sonntagserholung möglicherweise zumindest in die Ineffizienz 1.630 bis 1.634 US-Dollar auf jeden Fall sehen. Hier oben dann genau das gleiche wie bei Bitcoin-Decision-Time. Entweder wir brechen hier durch mit einem höheren Hoch und Stunden-Close oder 4 Stunden-Close darüber. Oder wir werden eben hier oben in dieser 1-Stunden-Supply rejected und fallen dann doch nochmal ein bisschen tiefer. Zumindest der Zielbereich wäre mindestens hier die 1.550 bis sogar, wenn wir hier wirklich nochmal runtergehen sollten, bis ca. 1.520 US-Dollar. Also ihr seht, kurzfristige Erholung auf jeden Fall drin. Long-Positionen, Bitcoin, Ethereum laufen momentan sehr, sehr erfolgreich. Trotzdem Boden momentan eher fraglich, dass wir den hier schon gesehen haben. Aber ansonsten kurzfristig sieht es erstmal gut aus. Bittelfristig bis hier runter auf jeden Fall noch Luft. Und da schauen wir uns dann auf jeden Fall neue Long-Positionen an. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. Bitcoin-Mining erreicht Allzeithoch. Ja, ihr seht es wahrscheinlich auch, oder ich habe es auch schon öfters gepostet, dass die Mining-Difficulty auch immer, immer höher, also die Extra-Hashes und sowas immer weiter steigen. Also sehr, sehr krank, was da momentan abgeht. Fragt mich auch, wo das ganze Zeug herkommt. Auch wenn Bitcoin momentan nicht wirklich viel steigt, versucht man hier anscheinend ziemlich viel Profit rauszuschlagen. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, ihr lasst ein Like da, ihr abonniert den Kanal, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Link unten in der Videobeschreibung. Abonniert den zweiten Kanal und dann hören wir uns morgen wieder. Ich denke nicht, dass es heute noch ein zweites Video gibt, aber es gibt noch eine Chart-Analyse bei CryptoGuru. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Bis spätestens morgen. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypto.